Ich studiere Tourismus, weil ich sehr gerne durchreisen und einfach gerne mit Leuten zusammen arbeiten und weil ich finde in der Schweiz ist noch ein riesen Potenzial da, um Touristen ins Land zu locken. Und es ist so schön hier. Für mich ist es auch, weil ich gerne reisen kann. Man kann ins Ausland arbeiten, das finde ich auch gut. Und man lernt viele Leute kennen. Weil ich mega gerne reise. Das ist meine Leidenschaft und ich habe mir vor ein paar Jahre überlegt, dass ich meine Leidenschaft gerne mit einem Job verbinden möchte. Und bin dann auf ein Tourismusstudium gekommen, weil es dann auch die Möglichkeit gibt, im Ausland arbeiten zu können. Und auch viele Kulturen kennenlernen, die Länder und so, was man auch in der Schule intensiv durchnimmt. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Zuerst habe ich Juse angefangen zu studieren. Und dann irgendwann im zweiten Jahr musste ich sagen, das ist es nicht, das ist nicht das, was ich machen wollte. Und dann habe ich überlegt, was ich dann gerne mache. Und das ist Reisen, fremde Kulturen kennenlernen. Und somit ist es eigentlich relativ neu liegend gewesen, dass ich Tourismus studiere in Zürich. Ich will gerne Kontakt zu Menschen haben, ich selber gerne reisen und ich möchte anderen Leuten mit dem eine Freude machen. Ich studiere Tourismus, weil ich mich für die anderen Länder und Kulturen interessiere und weil ich selber sehr gerne reisen und ich die Tourismusbranche als eine sehr vielfältige und abwechslungsreiche Branche wahrnehme und denke, dass es sehr interessant ist, darin zu arbeiten.